okay team alpha direkt von kanal 1 und frage verständigung ist es ist von dir kommt nichts hörst du mich echt nicht du bist aber wir sind auf kanal 1 richtig doch wir sind auf 1 jaja ja laut und klar tango maschine an bravo 60 sekunden bis zur landung ok spätestens jetzt weiß jeder dass wir kommen fertig machen wir machen eine linie auf mich dann werden wir vorrücken zum punkt split dort kurz wieder halten unter bravo fertig machen alpha geht vor am punkt split halten und dann nach dem punkt split bravo direkt vorrücken zur bravo overwatch position verstanden ok das feuer gilt auf jeden fall dem hedi mehrere kontakte nord ost 200 meter zwischen den fahrzeugen bravo wir haben mehrere kontakte richtung nord-ost 200 meter zu dem fahrzeug wir haben bekämpfen entfernung 50 peilung nordwest nordwest auf der straße liegt uns optisch vier gruppe an alle voll frei an alle voll frei an alle voll frei Sittis unnamed direkt checken ob die feine betenzen wird ja bravo Tango meldung alpha rückt jetzt vor richtung absturz stelle UH 60 bravo meldung sobald ihr auf position seid bravo frei und denkt an keine ganaten von euch und etwas scheinen wir nicht an der link auf eurer rechten die flanke hinter einem stück bald vor mir ich bin im anschlag einsteig ich hab nichts optisch sind es und annimmt rechts an dem wrack vorbei ja zu mir wegen links er hat an mir dran und